Ob das immer so vertretbar ist, da hat Ellie recht, ist die Frage, aber... Schliefen. Oder schliefen? Mann! Ellie, wir vervollständigen gegenseitig unsere Sätze. So, wir wechseln mal lieber auf die hier. Weil 5 Schuss im Anschlag sind dann doch besser als 2. Uh, Zusatzmaterialien. Und, was haben wir hier noch? Was ist das denn? Medikit verbessert. Medikit sind jetzt 33% stärker. Lesen. Achso! Ah, okay, alles klar. Coole Sache. Heißt, jetzt kann ich mich schon fast... Also jetzt heile ich mich, denke ich mal, so die komplette Hälfte. Okay, da gehen wir jetzt noch nicht raus. Eieieiei! Oh, ne Karte! Meins! Eine Hinterhalt-Karte? Distractions... Bus Ram. Ambush hier. Aha. Okay. Ähm, ist vielleicht ganz gut zu wissen. Denke ich jedenfalls mal. Mist, die Pfeile kann ich nicht mitnehmen. Ich hätte mehr mit den Pfeilen beenden sollen. Aber gut. Hätte rennen könnte, ne? Hätte, hätte Fahrrad gehabt, ne? Okay. So. Waffenhalter. Hm. Wie viele Teile habe ich denn überhaupt? 87. Na, das ist doch schon mal ne ordentliche Hausnummer. Schrotflinte. Magazinkapazität wäre vielleicht auch nicht schlecht mal zu verbessern. Rückstoß. Reich... Oh, Reichweite. Geil. Der Bogen. Haben wir schon einmal Reichweite? Ziehgeschwindigkeit. Aha. Ne, ich glaube, das brauche ich nicht wirklich. Irgendwas wollte ich doch nachladetempo verbessern. 15 habe ich keine... Ach komm, wisst ihr was? Wir holen uns jetzt einfach hier den Waffenhalter. Genau. So geht es doch. Ah, seht ihr. Da habe ich jetzt keine Probleme damit hin und her zu squitchen. Und da anscheinend auch nicht. Geil. Ne, das gefällt mir doch schon recht gut hier. Das mit den Waffenhalftern. Ah, ich finde es echt lächerlich, dass Joel nur sieben Schuss mit der Knarre mitnehmen kann. Ich meine, wie groß wird denn sowas sein? Und sind noch Leute verbrannt. Mann, Mann, Mann. Ja, ich auch nicht. Mir egal. Mir egal. Wir müssen weiter. Ach, Joel, sei doch nicht so kaltherzig. Klar, du musst das arme Kind auf ein... Auf ein Überleben in der Apokalypse trimmen, aber... Du kannst trotzdem ab und zu mal ein bisschen Mitleid zeigen. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Nicht so schnell. Hey, Ellie! Genau. Langsam. Wart auf mich. Was? Ich bin hier. Wie wäre es, wenn ich vorgehe? Und da nicht so laut. Und da nicht so laut. Und da nicht so laut. Wie so ein Oppa. Was haben wir denn hier noch? Teilchen. Na, doch nochmal zurückgehen. Ich glaube, jetzt hätten wir auch genug, um... Um, um, um... Irgendwas könnten wir jetzt auf jeden Fall wieder machen. Okay. Äh, Ruhe, bitte. Aufhören. Oh, das ist Wahnsinn! Oh, gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Okay, im Moment haben wir anscheinend noch niemanden. Aber das muss ja ne Scheißen bei dem Spiel. Echt mal, wann kann ich eigentlich wieder meine, äh, Lauschdistanz verbessern? Mit 50. Mhm. Mhm. Gesser, mit voller Haltbarkeit zerbrechen nicht beim Befreien aus einem Klickergriff. Das ist echt cool. Obwohl, jetzt... Warte, jetzt muss ich nachdenken. Die werden dann nur abgenutzt, oder wie? Also, ein Rotz. Also, ich... Im Sinne von, das ist schon echt praktisch, aber ich find's... Scheiße, dass... Dass die sich nicht automatisch... Also, dass das nicht automatisch schon so ist. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Immer. Terminierungsschock. Savage... Was? Savage Starlight Termination Shock. Ah, das kann man auch umdrehen. Geil. Das kann man jetzt wirklich... Ich dachte jetzt schon, das kannst du wirklich lesen. Oder? Nee. Äh... Warum bist du schon wieder so weit vor, Kind? Haben wir uns nicht gerade darauf geeinigt, dass ich vorgehe? Mann, Mann, Mann. Wenn man nicht immer hinter der Herr ist. Unglaublich. Was haben wir hier noch? Lumpen... Und Sprengstoff. Ja... Das hat man halt so in einem Koffer. Ein paar Lumpen und Sprengstoff. Der Amerikaner, wie er leibt und lebt. Hier... Also... Die Frage stelle ich mir immer wieder. Wieso hat Ubisoft damals 16 dafür für dieses Spiel beantragt? Oder war das damals vielleicht noch gar nicht so heftig und die haben... Dann, als sie gemerkt haben, fuck it, das wird eh 18, dann haben sie noch die ganzen anderen krassen Sachen reingeschnitten, wie halt... Komm, jetzt sorgen wir noch dafür, dass der Spieler ihnen die Beine abschießen kann und sowas. Ey, jetzt sind wir ehrlich, Leute. Hier muss wer sein, sonst wär's doch niemals so... So mega verwinkelt, oder? Ja, doch. Doch, hier ist irgendwer, oder was? Was? Was war das? Ich f*** nicht. Helly, Deckung! Helly, runter! Ist ja klar. Ja. Schnell, schnell, schnell. Ach, da kommt... Wie viele sind denn das, zum Teufel? Oh Gott, das war jetzt knapp. Kann ich den mit dem Pfeil rausschalten? Ja, vielleicht kann ich auch an den allen vorbei stealthen. Das wär ja ausnahmsweise auch mal ne Idee, oder? Hol den lieber mal hier raus. Das hat doch ganz gut gekla... Oh, fuck. Oh, das ist Ellie gewesen. Meine Güte, Alter. Ich werd hier suchen, Mann. Wieder drücken, Mann. So, wir bewegen uns mal hier... Oh, ne. Das ist keine gute Idee. Schutz der Autos, wollte ich grad sagen. Ich werde dich finden. Ja, dich kriegen wir doch auch, Kollege. Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, echt krass. Ich hab's gleich! Oh! 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 Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, echt krass! Oh! 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 Oh, Mist! Mach langsam an... Nein, ich glaub nicht. Schiff! Ah! Jetzt ist alles okay. Dachtest du echt... Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du dachtest, ich vertraue dir, oder? Das ist ja schon fast drollig. Ey, deine Kumpanen wollten uns letztens noch abmetzeln, also... Tut mir leid, aber da kann ich echt kein Mitleid für dich zeigen, Kollege. Komm schon, Mann! Ist alles okay! Nein! Nichts ist okay! Okay, beim nächsten Mal gucke ich mal, was passiert, wenn wir den leben lassen. Ach, du Scheiße! Das sieht ja nach einem Banditenlager aus. Wie so? Oh! Pittsburgh! Ist das denn... Ist das jetzt schon Pittsburgh? Wer ist das einer? Oh, was haben wir denn hier? Hügel verloren, Lottis! Gebt uns Lebensmittel. So... Wir haben Troy Hill an das übelste Gesindel verloren, das je eine Waffe in der Hand hatte. Aber die Schweine sind schlau, sie haben einen unserer Granatwerfer gestohlen. Wir hatten keine Chance. Zusammen mit dem Strip-Distrikt... Was? Zusammen mit dem Strip... Strip-Distrikt genommen. Kontrollieren sie jetzt den gesamten Fluss. Für den schwierigen Rückzug ist fast nur noch die Hälfte unseres Trupps übrig. Ich bete zu Gott, dass Jeremy und Pam noch leben. Sie sind auf der anderen Seite des Flusses stecken geblieben. Gute Frage. Erste Frage. Kann ich dir echt nicht sagen, Kollege. Greta? Corrupt Bastards. Korrupte Bastarde. Äh, Bastarde. Nicht Bastarde. Meine Güte. Warum wurde kein Essen verteilt? Manchmal gab's nichts mehr. Meistens behielten sie es selbst. In Boston war das nie so. Glaub mir, es passierte dauernd. Okay, Ellie, jetzt aber mal wieder Ruhe. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding so verlassen ist, wie man uns das hier weismachen will. Du wirst sterben. Was? Du wirst sterben bevor wir sterben. Du wirst sterben bevor wir verhungern. Aha. Und die waren wahrscheinlich so Challenge Accepted. Äh. Ja, ich auch. Sei einfach leise, solange wir noch hier sind. Okay. Ja gut, das Ding ist aber, ähm, obwohl die bewaffnet sind, kann man die halt, kann man da halt bei denen schnell schleichen, im Gegensatz zu den Klickern, ne? Das ist vielleicht gar nicht so cool. Oh. Oh. Da sind ja noch mehr. Wir gehen mal nach oben. Aber oben ohne Recht. Sieht nicht dann aus. Oh. So viel dazu, dass wir oben keine Leute haben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die nicht auch noch hochkommen, weil dann hätte ich echt ein Problem. Okay. Oh oh. Ist er jetzt knapp. Den müssen wir jetzt mal wegholen. Entschuldige, Kollege. Na ja, nicht schön. Oh oh. Oh 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 oh. Eieieiei. Das hätte auch schief gehen können. Oh, das ist echt doof, dass man kein richtiges Missionsziel hat. So nach dem Motto, jetzt geh dahin. Manchmal wäre das echt praktisch. Puh. Aber gut. Ich glaube, wir können hier an dem vorbei sterben, indem wir hier runter gehen, oder? Mal da unten wählen. Kommen wir denn am gesamten Checkpoint hier wieder raus? Das ist jetzt eine gute Frage. Nein. Nein. Oh. Gott. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Da liegt überall noch Zeug. Wow. Echt knapp. Ja, sag's noch lauter, Ellie. Die Frage ist nur, lohnt sich das? Und ich würde lieber überleben, muss ich ja sagen. Oh. Wow. Wo geht denn der lang? Ah, das ist ja interessant. Okay. Alles klar. Geht der gerade weg? Ja, ich glaube schon. Der ist gerade noch so in Lauschdistanz. Okay. War da irgendein Schutz? Ne, da war gar kein... Keinerlei Sichtschutz. Gut, vielleicht können wir den da weg holen. Dreh dich mal. Dreh dich, dreh dich einfach. Genau. Optimal. Danke. Okay. Alles klar. Also, so wie ich das sehe, finden wir hier draußen wahrscheinlich nur ein paar Supplies und sowas. Aber zu denen sag ich bestimmt nicht hinein. Okay, der hat anscheinend gerade seinen Freund gefunden. Oh. Eieieiei. Die kommen jetzt auch nicht alle, oder? Oh fuck, die kommen jetzt auch nicht wirklich. Ich kann es gerade echt nicht einschätzen. Oh, scheiße. Ja, Leute, ich, äh... Ich gehe jetzt mal so weit und sage mir, was das war. Oh, scheiße. Komm, Ellie, komm mit. Wir machen jetzt hier einen Abgang. Au, scheiße. Und, ja, das war's. Ein Kampf, zieht das Feuer deiner Gegner auf sich. You don't say. Okay. Gut, okay, ähm... Upsi. Meine Güte. Alles klar. Die Leiche von den Typen, die wir hier gerade ausgeschaltet haben, ist anscheinend weg. Siehe da, sie reagieren also doch auf Tote. Oh, warte. Wann ist der denn da? Oh, der scheint... Oh, verdammt knapp. Finde ich nicht. Wir gehen mal hier hinter. Schleichen uns jetzt hier lang. Und jetzt holen wir uns den Typen weg, hier. Oh, keine Lust auf Schöpereien. So. Wieder einer weniger. Ja, Leute, ich wette, ich muss die nicht unbedingt ausschalten, aber es erleichtert mir doch deutlich das Spiel, wenn ich das tue. Glaub ich jedenfalls jetzt mal. Oh Gott, sind das viele. Warum sind das so viele? Ah, du hast mich nicht gesehen. Okay, okay, cool. Alles cool. Es sieht so aus, als ob alles cool wäre. So, ob ich... Oh, dieses Weiße macht einen fertig. Da denken wir an immer sofort, dass der Gegner übelst in der Nähe ist. Dem ist er aber nicht so. Waren wir hier noch ähnlich? Ich glaube nicht. Also irgendwo, genau, da draußen cremert noch einer rum. Hm. Hm, hm, hm. Aha, hier ist auch noch einer. Oho. Okay. Unschön. Sehr, sehr unschön. Obwohl, ich glaube, den sollten wir auch wegholen können. Nehmt es jetzt einfach mal stark an. Ja, doch. Das sollte kein Problem sein. Oh Gott, dass das immer so lange dauert. Mir wäre eine Fertigkeit lieber sowas wie, erwürge deine Gegner schneller. Das wäre super praktisch. Da würde ich nur rein investieren, Leute. Oder sowas wie, deine Waffe verschießt Explosiv-Munition. Ja gut, ich glaube, das wäre dann ein bisschen over the top. Oh, fuck. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Was haben wir hier noch? Das lesen wir nachher. Kollege, du stehst dich gerade so super. Da muss ich dich gerade mal wegholen. Gut, dein Kompadre scheint ja noch ein bisschen unterwegs zu sein. In der Zwischenzeit looten wir mal hier. Okay. Oh, was haben wir denn hier noch fallen müssen? Oh, das sieht nach geheimen Scheiß aus. Ellie! Psst! Ruhe! Okay. Ach, und hier geht's wieder hoch, oder was? Ach, varte, hier geht's weiter, oder? Geht's hier weiter? Nein, natürlich geht's hier nicht weiter. Nur weiter in den Tod. Oh, ja. Wie bewegt sich der Typ überhaupt? Was haben wir hier noch? Was ist das denn? So, gucken wir doch mal. Ach, das ist Zucker. Okay. Hm. Hm, hm, hm. Gut, Leute. Ähm, jetzt stellt sich die Frage, wie schlau ist die KI? Verdammt, verdammt, verdammt! Ist denn du? Auswärmen! Oh. Oh, scheiße! Ja, komm, komm, Joel. Joel, mach mal hier jetzt, äh, Feuer. Alter, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will doch kein... Mann, ich war so knapp davor, durch zu sein. Dreck. Ah, ich hätte die andere ohne ausschalten sollen. Ah, ich starte nicht wieder. Wo starte ich denn jetzt? Wo bin ich denn hier? Ach so, geil. Jetzt ist der Typ unten weg. Alles klar, damit kann ich leben. Damit kann ich leben, Leute. Das ist ein sehr, sehr netter Checkpoint. Das muss man bei dem Spiel anrechnen. Dankeschön, Spiel. Das war sehr, 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 sehr nett von dir. Aber ich glaube, wir können jetzt gleich mal hier so eine tolle Stinkbombe benutzen. Oder, ne, Rauchbombe ist das ja noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den Kollegen hier einfach wegkriege. Oh, hallo. Okay. Oh, fuck. Lol. Äh, Leute. Leute, es kann sein, dass wir ein Problem haben. Obwohl. Moment. Oh, scheiße. Doch, wer weiß. Ach, nee. Oh, shit. Scheiße. Aua. Scheiße. Oh, fuck. Ja, Leute, äh, ich, äh, glaube, das können wir wieder abhaken. Mal los, komm schon. Ah, das war's. Nee. Nee, das war gerade nicht so schlau. Ah, oh, Mann. Gut, okay, nochmal. Oh. Ich renne. Joel. Denk doch mal nach, Junge. Okay, gut. Nein, nein, du hast nichts gehört. Alles ist cool. Ja, machen wir mal so, ne? Alter. Uncool. Sehr, sehr uncool. Ich geh jetzt nix wie durch. Alter. Was zum Teufel? Du warst beteiligt. Mal noch. Nix wie raus hier. Komm, Ellie. Nix wie raus. Nix wie weg. Geht's da weiter. Und hoch hier. Shit. Gut, ich glaub, die sind wir los. Immer noch nicht so optimal gelaufen, wie ich mir's vorgestellt hab, aber auf jeden Fall schon besser. Meine Güte, ey. Okay, ich glaub, wenn Ellie, äh, nicht genug läuft, dann muss ich auch nicht unbedingt genug laufen. Runter, 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 runter. Was ist denn hier los? Da sind noch mehr. Los, schnell, wir tanken. Okay. Hauen wir ab. Okay. Die haben uns nicht gesehen. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Ja.